vergessen auszunehmen ist auch nicht viel passiert hinterladen Donuts ich habe jetzt die Sammelkarten gefunden die ich hier suchen muss muss jetzt nur finden wo ich hier hin muss wir sind doch in der selben stadt wieder oder kannst du auch mal nicht daneben da ist eine biene ja ich verstehe ja gut die stadt kenne ich die ist das dürfte jetzt ein bisschen einfacher werden ja alles zu finden komm schon nein kann sie nur stunden handeln die verwüstende marge ja sonst eigentlich nicht so ist ich höre hier doch ein Bienen ich muss da dezent mal intervenieren glaube ich da zum beispiel wie die immer ihre arme nach vorne hebt einfach wie so ein zombie einfach nur warte mal ich muss ja hier hoch halt das eine Biene komm her komm her so dich brauche ich nämlich das Geld brauche ich natürlich auch jetzt bin ich gespannt was ja wieder neu ist hier so weit gespielt habe ich ja noch nicht so weit gespielt habe ich ja noch nicht aber Kopf gestoßen so auf dem Dings ist noch was aber das ist ruhig später die habe ich hab du mich erschreckt du scheiß Biene alter die hat mich voll erschreckt die hat mich sowas von voll erschreckt einfach komm her Münze Münzen hol ich die Münzen nochmal so man soll ja alles mitnehmen im Badspa nein wir sehen uns da Leute bis gleich so meine Herren ey ist ja unfassbar ja Schneeflugjacke was Babyschuhchen was mh oh Matsch mh mach doch sowas nicht ähm wieso bin ich überhaupt na außen rum gegangen ich könnte auch hier einfach mh weil da war noch oh geh hoch was husten man ich sollte auch mal was essen langsam wieder oh man hat man echt eine schöne Übersicht hier ist da nicht noch was Springfield Castle warte hier ist nichts ist auch nix irgendwo ich will mal unser Haus von Dings finden von den Simpsons weil da war noch dezent äh auf dem Laster war da auch noch was ne ja auf dem Creaky March weiß nicht ob da ich schwör's früher war ich besser und zwar ein Bett liebe March mh niemand wird was dagegen haben wenn ich es anfasse nur anfassen ne war es die gleiche Biene an derselben Stelle was mh so so hui bäh was ist denn hier los so haben wir erstmal Münzen gesammelt ich frage mich nur wo das Haus der Simpsons ist da muss doch irgendwas noch sein ich brauch mehr Tanzerobic Unterricht was und ich brauch das Haus der Simpsons dat blau isch was haben die hier für Klamotten an teilweise ist das umfassbar wo ist das Haus der Simpsons hier nicht kann man da rüber brechen Viertel lass mich erstmal durchatmen warum solltest du durchatmen Ich brauche einen Long Island Ice-Tee. Oh. Falsch. Die falsche Person erwischt. Naja. Ist das nicht der Garten von Simpsons? So ist Simpsons Haus hier, oder? Nee, doch nicht. Was? Langweilig. Langsam, aber kontinuierlich. So gewinnt man das Rennen. Ja. Wenn man drei Kinder hat, macht man schon schneller schlapp. Ja, ne? Musst du die Hetzte ja auch nicht zulegen brauchen, ne? Du alte, notgeile Mat. Du. Wie ist das Simpsons Haus? Nee. Hä? Ich schwör's. Früher war ich besser. Ja, im Bett. Vor allen Dingen. Wo ist das Simpsons? Ach, da hinten. Da! Ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Oh, du brauchst Gesichtsunterricht. So Gesichtstraining. Was? Die hab ich nicht verprügelt eben. Nein. Kann die LKWs fahren? Was? Was? Hat sie nur wieder hochkommen, ne? Komm schon. Ich komm da schon fast ran. Ach, Mist. Kommt man hier hoch irgendwie? Wie? Ja. Auf dem Kamin Simps sieht es bestimmt auch gut aus. Oh, kann ich wieder Fußball spielen? Das wär super. Das sind ja dieselben Gags, ne? Oh, ne gebratene Matsch. Mh, mh, lecker. Oh, Mensch. Alte Zeiten. Wehst du noch? Damals? Wo wir mit rüber rumgerannt sind einfach. Und hier weiß ich wenigstens alles. Ist auch noch ein Gag. Bäm. Hier auch noch. Bäm. Was? Achso. War ja bloß wegen. Weil auf... Hier ist ja Flanders Garten. Kann man auch Münzen sammeln. Ja, das hat man wieder ganz gut Münzen gesammelt. Hier gibt's ja auch noch ein Gag. Und noch Bienen. Sind meine Stühle wieder da? Oh, Mensch. Oh, nee. Die Stühle sind weg. Wollen wir Stuhlfußball spielen? Das ist ja blöd. Alter, die Münzen. Jungen. Wie energisch die auch die Kisten tritt einfach. Oder die Luft. Luft sollte man auch mal treten. Was hier doch oben noch ist. Oben war nix mehr, ne? Nö. Oh man, die Stühle sind weg. Das ist wie traurig. Ja, ich bin dein Meister. Mh. Was ist denn hier los? Brauch ich dazwischen? Nein. Nö. Muss ich auch noch mal hoffen. Bei Riggim war doch auch noch was, ne? Irgendwo. Ich weiß nicht, wo Riggim wohnte. War das da hinten? Lass mich erst mal durchatmen. Nein. Du musst bei Riggim noch vorbeischauen. Ja. Ich brauche n' Long Island Ice Tea. War es n' Long Island Ice Tea? War es? Beine. So. Das ist der Sandkasten. Hier muss auch noch irgendwas gewesen sein. Hier ist so Walf. Ist das auch n' Gag? Oder? Ich weiß es so nicht. Ich will ja so viel sammeln wie möglich. Na Walf, was ist? Hallo, ich bin Marge. Ich glaub, ich hab grad äh, 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 in die Hose gemacht. Äh, 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 oah, äh. Ja, ich hab die Biene gesehen. Ich hab die Biene gesehen. Ich wollte hier nun mal... War nicht... Da oben war ja die andere damals, ne? Die andere Karte. Das haben sie ja ein bisschen geändert, ne? Komm her! Boah. Miss! Alter. Diese... Ansicht manchmal. Oh, die... Weißt du, alle Mülltonnen kannst kaputt treten, aber die nicht, ne? Da frag ich mich so langsam, warum, ne? Hm. Was haben wir schon? Nein! Kann ich jetzt nicht sehen, okay. Ja gut, ich hab schon die Mission angefangen. Deswegen. Kann ich da jetzt nicht intervenieren? Kennt ihr die intervenieren? Die sind neben den Nebennieren einfach. Gott, der Witz. Ein reichen Viertel. Entschuldigung, nochmal durch. Kann ein braver Bürger nicht mal mehr einschränken? Nö. Da kriegt man gleich einen Tritt. Einmal. Ins Gesicht. Diese gewalttätige Marsch, ne? War hier nicht noch irgendwo was? Waren hier noch Bienen oder so? Ich weiß nicht. Aber die Gräber, die waren ja schon... Was ist denn das hier? Kann man nicht kaputt machen? Hm. Das kann man auch nicht treten. Das kann man schon treten, aber... Sollte man nicht... ...zu oft machen. Hier war nichts, ne? Man... Man könnte hier aber was feststecken. So Bienen oder... ...ne Karte oder so. Wenn man drei Kinder hat, macht man schon schneller schlapp. Weil hier kommt man auch nicht... ...äh... ...so leicht hin. Bitte verklag uns nicht wieder. Wieso wieder? Wodet ihr schon? Da ist noch was. Ja, Entschuldigung. Es geht bald weiter. Ich... Ihr kennt mich. Ich bin da so ein Sammelfreak. Ich muss sammeln. Ich... Äh... Ist ja bei... Ist ja bei Jurassic World nicht anders. Nö, das ist... Ist ja da nicht anders. Das ist... Komm schon! Geld. Geldgeilheit. Hm. Wer hat die bloß hier hingestellt? Ich. Weil ich es brauchte. Wow. Das ist eine energische Mutti. Die rennt ja einfach rum. Mist. Ich hab gar keine Taschen. Nö, hast du irgendwo ein Kleid an. Das muss aber echt warm sein. Weil wenn man nur mit Kleid rausgeht und mit so Latschen oder so Sandalen, dann... ist das nicht so... Na ja, ne? Canyon Nero... Ach, hier kriege ich doch schon... Immer von mir einen Kutsche. Ich brauche unbedingt jemanden, der mich mitnimmt. Oh. Huma, alte Hütte. Huma, alte Hütte. Huma, alte Hütte. Wie sieht denn dein Auto aus? Das ist ja sehr gesund, wie das aussieht. Warm. Wow. Der Wagen hält ganz schön was aus. Wetter, sonst bist du dran, Lamarsch. Ich sag ja, energisch ist die alte. Die energische Marsch. Das war ich auch wirklich zu Mösen. Wenn ich den Dings eingenommen habe hier. Warte mal. Was will ich denn die alle hinpassen? Halt, halt, halt. Schuho. Schuho. Ich wollte es zu Dings, aber ich hab was gesehen. Da. Da. ist noch was machen die hier überhaupt weil münzen und so kann man ja mal einsammeln du sollst rutschen und nicht die marke ist so dumm zum rutschen das ist ja unfassbar da so eine biene die des jubel das ist ja so wie man ins gesicht wo er bald 4000 das geld wird auch wieder schnell wieder weg gehen ja tausend die tausender marken es geht aber schnell mit dem geld ich mein noch einiges gesammelt und schon krass wenn man das mal so dezent sagen kann ist da schon wollte ich nicht irgendwann eine aufnahmepause machen war das nicht so du wolltest auch eine mission machen jetzt ja ist ja gut ich bin ja schon auf dem weg das ist doch kein diebstahl oder doch ist es du tanzt doch du springst hier durch die gegend und wo ist batman eigentlich kann ich auch dadurch weil ich musste so hier rüber einfach mal ans haus geditscht wieso was ich bin nicht versichert jungen so besser oh weia muss man das auto geblieben was stand doch da gerade ein schönes gefühl die werkzeuge auszustrecken gewerkzeuge ich muss ein krückstock passiert ist können sie mir zeigen wo die getreidefeldkreise sind vielleicht finde ich da ein hinweis wie man bar teilen kann ach das ist blieb ich würde gern helfen aber ich habe ganz schlimmen unterzucker ich habe einen affen im nacken der nach schmalz gebackenem schreit was ram den donut lassen und sammeln die donuts auf ich brauche ein auto scheiße das ist die falsche seite ja ist doch gut ich bin ein super durchkennierter tempolöbel ja ach mensch wie euch das Wort vermisst hm 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 lass mal fahren voll tröckel na komm schon das schaue ich schon ich mit meinen flat-out-Kenntnissen hier nein ähhh keine zeit vorsicht walten zu lassen hier habe ich auch wirklich nicht sehen dass ich hier fahren die bereifte rostlaube von der straße ich dachte das hat gereicht aber nö soll es ja auch immer soll es ja auch kommt schon baaam halt nein jetzt komm ich 5 So nennt man doch nur Porno oder? Nette Mädchen geben Vollgas. Das kann man auch nur Porno nennen. Komm schon! Ich kann doch so viel einsammeln. Vorsicht! Jetzt hätte ich fast meinen Drink verschüttet. Sieh her! Freihändig! Ja, du fährst ja auch gar nicht, Marge. Das ist doch kein Wunder. Boah! Alter, ist das knapp. Ist das knapp gewesen. Warte mal, ich fahr mal zurück gerade. Nein! Ich muss mich aber reilen! Leute! Aber das schaffe ich eh nicht mehr. Vergiss es. Nie im Leben. Ich hätte zurückfahren müssen. Oh Mann! Hä? Wieso ist der Pfeil jetzt da? Wieso? Ist der bescheuert? Das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Muss ich nochmal machen. Ist ja nicht so schlimm. Das hat mich ja beruhigt. Das brauche ich ja nicht so. Ich warne euch! Aus der Bahn! Was? Ich muss alles nochmal machen! Wollt ihr mich verarschen? Oh mein Arsch!